Luki, du bist doch noch gar nicht dran. Wir müssen doch erstmal die Zuschauer begrüßen, bevor wir hier anfangen. Aber du bist schon da, du bist schon bereit, die neuen Futtersachen vorzustellen. Ja, na gut, dann würde ich sagen, wir begrüßen schnell die Zuschauer und dann gucken wir mal, was wie tolles von der Firma Pads die bekommen haben. Okay, Freunde, gleich geht's los hier. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny, dort sitzt Luki und ich glaube, Liam wird auch gleich kommen, denn wir werden heute tolles neues Futter von der Firma Pads Deli auspacken. Hier seht ihr schon im Hintergrund den Karton. Ihr wisst ja, Pads Deli und ich, wir haben ja eine Partnerschaft für 2023, da bin ich besonders stolz drauf. Denn das ist eine super tolle Firma, die richtig tolle Angebote haben für Hund und Katze. Und ihr seht schon, Luki ist ganz aus dem Häuschen schon. Und das Coole ist, ihr bekommt auch von mir einen richtig tollen Rabattcode, Code Liam20 für 20% Rabatt auf eure Bestellung. Ich glaube, ein Einkaufsteil von 40 Euro ist ein sehr, sehr fairer Deal. Und vielleicht bekommt ihr ja bei den Produkten, die ich euch zeige, ein bisschen Lust, etwas auch zu bestellen. Und ich glaube, Luki hilft mir gleich sehr gerne dabei, die Produkte auszupacken, Freunde. Also, dranbleiben. Na, wir haben noch nicht mal das Stativ aufgebaut. Eigentlich bist du noch gar nicht dran. Aber du willst schon unbedingt, Luki? Wollen wir da mal reingucken? Ja. Na gut, dann holen wir uns mal den Karton. Oh. Und was ist denn da Schönes drin? Ai, ai, ai. Ui, das Erste. Das Erste, was wir hier entdeckt haben von der Firma Pads Deli, ist dieses tolle Trockenfutter mit Süßkartoffeln und Preiselbeere. Ihr seht schon, Luke freut sich extrem drüber. Das haben wir jetzt schon einmal benutzt. Das sind zwei Kilo, da ist richtig viel drin. Und die bekommen ab und zu natürlich auch mal so ein Schmackerle und freuen sich da drüber. Das ist schon eine relativ große Portion. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Ich habe nämlich gleich auch eine zweite bestellt. Schaut mal hier. Da habe ich mich gleich die zweite bestellt. Oh, da wurde sich Luke drüber. Das ist die Lachs-Variation. Auch nochmal ein großer Karton. Den würde ich mir jetzt auch gerne nochmal anschauen. Ich habe einfach, das ist ganz interessant. Ich habe festgestellt, dass Luke mehr Lachs-Fan ist und Liam ist tatsache mehr Truthahn-Fan. Das heißt also, wenn man den Katern eine Freude machen möchte, dann kann man hier wirklich ein bisschen variieren. Schaut es euch auch sehr, sehr gerne bei Pads Deli direkt an. Es gibt da, wie gesagt, richtig tolle Sachen. Oh, Luke, jetzt bist du unruhig. Du musst dich noch ein bisschen gedulden. Die Belohnung kommt erst danach. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingsfutter für eure Katze oder natürlich auch für euren Hund ist. Pads Deli bietet ja auch Produkte für Hunde an, nicht nur für Katzen. Es gibt auch coole Zubehörsachen. Unter anderem habe ich da auch die Decke her, die hier liegt, der Lieblingsplatz. Es schaut, wie gesagt, sehr, sehr gerne vorbei. Vielleicht ist doch was für ein Hund da und ich habe mir halt so gedacht, jetzt gerade für Beginn des neuen Jahres kann man ja auch das Futter vielleicht mal wechseln, wenn man das möchte, wenn man vielleicht unzufrieden ist oder halt das Gefühl hat, dass es nicht das beste Futter ist und mit Pads Deli seid ihr da auf der richtigen Seite. Ihr seht, meine Augen sind immer so ein bisschen am rumwandern. Ich muss mal so ein bisschen gucken, was der Kater da macht. Der scheint aber sehr begeistert zu sein. So, Luki, was wollen wir denn den Zuschauern als nächstes zeigen? Hast du einen Wunsch? Wollen wir mal den Zuschauern das hier zeigen? Das sieht auch spannend aus, oder? Guck mal. Das ist auch toll. Da haben wir auch was Schönes. Haben wir Huhn und Lachs mit Süßkartoffeln und Karotte. Das ist jetzt eine kleinere Einheit, um die mal zu probieren. Vielleicht ist die auch ganz interessant. Also bei Luki habe ich so das Gefühl, ja, das findet er auch sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, bei Katzen ist das ja so. Alles, was irgendwie knispert, ist interessant für die kleinen Mäuse. Dann habe ich hier, schaut mal, noch so eine Beigabe gehabt. Das sind Cremesnacks. Und wenn man die, wenn man die, ja, ich weiß nicht, ob wir den Text heute hier hinbekommen. Das sind, wie gesagt, Cremesnacks. Und mit diesen Cremesnacks habt ihr die tolle Möglichkeit, euren kleinen Katern und Mäusen so einen kleinen Schmacker zu geben. Das ist hier einer mit Grill und Jakobsmuschel. Hier haben wir einen Cremesnack mit Thunfisch und Jakobsmuschel. Und schaut mal hier, hier haben wir einen weiteren Cremesnack mit Thunfisch und Jakobsmuschel. Achso, das ist derselbe, Entschuldigung. Wollen wir den Cremesnack nachher mal probieren? Ja, den müssen wir probieren nachher. Oh, schön. Dann habe ich hier noch das, was ich euch zeigen kann. Das ist der Akzeptanzbooster. Und wenn ihr jetzt so das Gefühl habt, dass die Kater oder die Katzen oder auch die Hunde, in dem Fall ist es ja hier für die Katze, wirklich immer umgewöhnt werden sollen, dann kann man das Futter auch mit diesem Akzeptanzbooster beimischen, um so einfach auch den Geschmack für die Katze ein bisschen zu intensivieren, dass sie halt dann auch sehr gerne wechseln. Ihr seht schon, das ist eine sehr, sehr coole Option, um einfach halt auch die Katzen langsam an das neue Futter zu gewöhnen. Ich hatte euch ja gerade eben den großen 2-Kilo-Sack gezeigt. Für alle, die es mal probieren möchten, habe ich hier auch eine kleinere Einheit. Das ist wieder dasselbe, ne? Truthahn mit Süßkartoffeln und Preisebeere. Und hier habt ihr halt erstmal einen sehr, sehr hohen Truthahn-Anteil mit 60%, das ist schon wirklich gut, Monoproteine und mit hochwertigen Omega-6-Fettsäuren. Also alles, was die Katze braucht. Und wie gesagt, das ist hier eine kleinere Einheit. So ein 2-Kilo-Beutel wird ja ein bisschen länger halten. Wenn du sagst, nee, ich habe nicht so viel Platz in meiner Küche, ich brauche da ein bisschen mehr Luft zum Atmen, dann kann man hier auch wunderbar so eine kleinere Portion ausprobieren. Ja, inzwischen seht ihr ja es Liam gekommen, als ich hier die Soßen-Menüs ausgepackt habe. Bleibt mal da, Liam. Das ist etwas, was ihr auch sehr, sehr gerne mag. Das sind Soßen-Menüs, die könnt ihr quasi euren Katzen auch geben. Da sind sehr viel Proteine drin. Das ist sehr viel Soße, eine hohe Akzeptanz. Das habe ich bei Luke und Liam sofort gemerkt. Die haben das wirklich sehr, sehr gerne gegessen. Ich mag halt auch einfach dieses Verpackungs-Design, das mal so nebenbei. Ich habe einmal bestellt Rind mit Kürbis, da schlägt er sich schon das Maul. Und ich habe einmal bestellt Hühnerfilet mit Zucchini, hoffentlich zu schmackern hier, als Soßen-Menü, wie gesagt. Das ist etwas, was beide sehr, sehr gerne mögen. Ja, Liam, schön, dass du jetzt auch da bist, dass du jetzt auch mitmachst. Das mögen die beiden sehr gerne. Da habe ich eine doppelte Ausführung bestellt, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass die sich da halt auch nicht dann ins Gehege kriegen sollen, dass jeder das Gleiche bekommt. Das ist vielleicht ein bisschen menschlich gedacht, aber ihr kennt das ja auch vielleicht von euren Haustieren. Man vermenschlicht sich ja dann so und das ist auch völlig in Ordnung. Oh, da muss ich euch noch was anderes Cooles zeigen. Ich habe nämlich noch was anderes richtig Cooles. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Das sind Suppen. Und das Besondere an Suppen ist, damit könnt ihr nochmal die bisherige Mahlzeit nochmal verfeinern, indem man das drüber kippt. Man kann das drüber höhlen. Man kann das drüber schütten. Und hat dennoch mal im Essen quasi nochmal eine Verfeinerung. Und das mögen die beiden auch ganz gerne. Ich habe hier so Schleckermäulerkater, die schlappern ganz gerne. Und ihr seht ja auch, hier habe ich relativ viel bestellt, um... Liam, noch nicht. Relativ viele bestellt, um hier das Essen schön anzureichern für die kleinen Mäuse. So, und das ist die gesamte Ausbeute von meiner Bestellung. Es ist wirklich richtig, richtig viel geworden. Und es ist eine gute Mischung aus allem Möglichen. Ich mag das halt nicht, wenn man so in seinem Denken immer nur das Gleiche gibt. Das kennt ihr auch. Man will ja selbst auch nicht immer das Gleiche essen. Man hat immer da ein komisches Gefühl. Und deswegen mag ich diese große Abwechslung, die ich hier habe. Wir haben sehr viel Trockenfutter. Wir haben aber auch ganz normales Nassfutter mit den Soßen und zum Verfeinern mit den Suppen ist das halt wirklich eine sehr, sehr gute Abwechslung. Bei mir ist das so, Trockenfutter reiche ich ganz gerne immer so ein bisschen nebenbei. Als Schmack, aber nicht als Hauptbestandteil der Nahrung. Das ist so meine Entscheidung. Und ansonsten schaut auch wirklich gerne bei Pat Seli mal im Zubehörshop vorbei. Da gibt es richtig gutes Katzenstreu. Das will ich euch auch noch einmal zeigen im nächsten Video. Und die haben halt auch so tolle Zubehörsachen, tolles Spielzeug. Wir hatten letztens so eine Krakenkordel für Luke bestellt. Ja, ja, Liam ist hier schon am knabbern. Luke ist da schon am gucken. Ich muss ein bisschen jetzt aufpassen. Das ist richtig cool gewesen. Und dann haben wir gehabt, wie gesagt, das Katzenstreu. Dann diese Decke. Die Decke ist auch wirklich, wirklich cool. Die könnt ihr euch auch im Shop von Pets Baby bestellen. Und vielleicht sind ja auch wieder die Pullover da. Die haben richtig tollen Merch. Die finde ich auch total interessant. So, Liam, hör mal auf jetzt hier. Die finde ich richtig interessant. Ja, ansonsten, wie gesagt, mit dem Code Liam20 haltet ihr 20% ab einem Einkaufswert von 40 Euro bei der Erstbestellung. Vielleicht ist es ja ein toller, toller Anfang für euch, ein neues Futter zuzumischen. Und dann langfristig vielleicht auch umzusteigen. Es gibt nämlich auch Futterpakete, die man halt auch dann quasi in einem gewissen Tonus sich bestellen kann. Ich bin wirklich froh, mit der Firma Pets Daily zusammenzuarbeiten. Wenn ich jetzt mal so hochrechne, ich arbeite mit der Firma jetzt seit einem Jahr zusammen. Und seit 2023 haben wir die besagte Partnerschaft, weil ich einfach von denen so überzeugt bin, von der Qualität, von dem Futter. Und das Wichtigste ist, es schmeckt den Kater. So, und das ist für mich das Wichtigste. Und vielleicht ist es für euch ja auch eine gute Empfehlung, wenn du jetzt ein neuer Zuschauer bist, der denkt, ach Mensch, ja, die Firma kann man mal ausprobieren. Macht das sehr, sehr gerne. Ich habe euch den Shop hier unter diesem Video verlinkt. Ich würde mich sehr freuen drüber, würde mich jetzt verabschieden, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag im Kreis eurer süßen Haustiere. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder, ihr süßen Mäuse. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.